Ja, hallo zusammen, der Raptorserver. Ich habe ja schon die eine oder andere Episode dazu gepostet und hier mal was, wo ich alleine unterwegs bin. Nachdem unser Lager zerlegt wurde, müssen wir natürlich erstmal in die Zivilisation zurück und das zivilisierteste, was in der Nähe ist, ist das nordöstliche Airfield. Und hier habe ich auch die Szenen aufgenommen, die ihr jetzt sehen werdet, die mal wieder deutlich zeigen, dass man sich in der Z nicht zwangsläufig direkt über den Haufen schießen muss, wenn man sich sieht, sondern dass es auch anders gehen kann. Viel Spaß beim Zugucken! Szenen 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 600m und schon gespawnt Ah, guck mal da! Kleines Bambi Was hat er Ruhe vor? Er hat eine Winchester und ein Nightvision vor allem Das sind Legendbro Jetzt packt er sich gerade fest Interessant Ja, du schaffst es! Komm! Komm! Ja! Komm! Oh, sie haben kommen! Komm! 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 Na, guck! Komm! Ich probiere was gibt jetzt weckern Fullsz Ja, ja. Brauchst du irgendwas essen, trinken? Morphium? Nein, eigentlich. Okay. Wachen wir weiter auf den Weg. Das glaube ich auch. Tschüss. Freundliche Menschen hier. Weil die direkt auf mich zukommt. Ja. Ah, hat sich das sehr gut gedacht, hier ich. Hat sich aber mit Schriftverstunden. Bis zum nächsten Mal.